Game Keys und Game Cards. MMOGA. Dein Gaming Spezialist mit Kampfpreisen. Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Massive. Yo, wir sind jetzt mal hier auf den Packs, denn wir wollen mal so ein Mini-Pack Opening nochmal machen. Habe ich mir jetzt einfach mal so gedacht, wir ziehen hier mal ein paar Päckchen und wenn es übel scheiße läuft, brechen wir schon vorher ab. Also das wird jetzt hier kein Pack Opening, sondern nur so ein paar Packs ziehen, danach noch ein bisschen auf den Markt gucken. Wir gucken uns nochmal Ibra an, dann die Teams angucken, wie es weitergeht etc. Erstes Pack, Figuli oder wie er hier heißt, Ibizevic, Alvarez, drei Verträge, Fitness, Heilungskarte und zwei Chemistry-Styles, Sentinel und Deadeye. Joa, nicht der Hammer, aber es gibt schlimmere Packs, definitiv. Deadeye und Sentinel nehmen wir natürlich mit. So, Tigres, ja hier Chelsea, das sieht doch ganz gut aus. Aber Tigres ist jetzt nicht so ganz. Und die anderen, ich glaube mal nicht, dass der was bringen wird. Ich kann ja mal auf die Transferliste setzen, aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass der was bringt. Und dann ziehen wir mal weiter. Ja, ich denke mal, ich werde jetzt nächste Woche, so Mittwoch, wenn das neue Team of the Week kommt, werde ich hier nochmal zwei oder drei Millionen drauf machen auf den Account. Und dann werden wir wahrscheinlich danach dann Ronaldo kaufen. Es könnte gut sein, dass Ronaldo jetzt ins Team of the Week kommt. Eventuell, er hat drei Tore geschossen. Ich hoffe es mal nicht. Aber dann müssten wir vielleicht noch ein bisschen warten. Ich muss mal gucken. Aber jetzt hier in dem Pack Evans, Perea, Botmar, nee, nicht so ganz der Hammer. Wir haben ja noch ein bisschen, ja, Vorlauf, weil wir Rooney gezogen haben. Das heißt, ich will mich jetzt nicht beschweren. Aber so ein bisschen was Glänzendes in die Richtung wäre schon nicht schlecht. Schwedische Liga, glaube ich, ist auch nichts, was uns interessiert. Deswegen schmeißen wir das hier weg. Gut ist es. Jo, und Ibra, leider geht der Preis nicht mehr runter momentan. Das Problem ist halt, momentan ist auch Wochenende. Das heißt, da sind die Preise ja sowieso alle höher, weil alle was haben wollen. Aber die Karten nicht unbedingt mehr werden. Vor allem, weil es jetzt halt ein ziemlich beschissenes Team of the Week ist. Was heißt ziemlich beschissen? Es ist halt nicht so super. Und da werden wahrscheinlich nicht ganz so viele Packs gezogen. Hier haben wir Lorente. Jo, vielleicht können wir den mal spielen. Ich packe den mal einfach ein. Von Juve. Ich habe schon mal gegen den gespielt. Also das ist echt pervers, weil der so riesengroß ist. So, dann nehmen wir die alte noch mit. Drei Verträge und Fitnesskarte nehmen wir natürlich dann auch mit. Ja, das Problem bei Ibra ist halt wirklich, weil das letzte Team of the Week war halt so krass. Da wurden so häufig Packs gezogen. Und jetzt ziehen wahrscheinlich relativ wenig Leute Packs. Ja, und aus dem Grund ist der Preis jetzt halt wieder auf über 1,2 Mille. Zur Not kaufen wir ihn halt dafür. Aber ich dachte halt eigentlich, dass er wieder auf 1,1 runter geht. Aber ist anscheinend erstmal nicht der Fall. Obwohl vorhin einer für 1.139.000 oder so ausgelaufen ist. Aber während der Zeit war ich gerade nicht an der Konsole. Naja, Fernando hier gezogen. Der von Porto. Chisoko. Ja. Interessiert mich jetzt nicht so ganz. Die Verträge gehen wieder mit. Fitness natürlich auch. Heilung auch. Aber sonst. Ja, Chemistry Style Basic ist jetzt nichts Hammermäßiges. Aber ich nehme auch mal mit. Äh, ja. Sonst nur Schrott hier. Obwohl, das ist ja eigentlich ganz hübsch. Das habe ich allerdings schon im Verein. Deswegen mache ich das nochmal auf die Transferliste. Vielleicht bringt das ja irgendwas. So, und der Rest kommt weg. Jetzt in der Zwischenzeit können wir mal ganz kurz gucken. Gehen wir mal kurz raus aus dem... Obwohl, wir kaufen jetzt nur ein Päck. Und danach schauen wir mal kurz, wie es aussieht. Wie der Ibra gerade steht. Bei wie viel. Und jetzt kommen... Oder gib mir jetzt einfach Ibra. Also ich meine, das wäre das Einfachste. Jetzt schön ein Päckchen und dann ist die Sache erledigt. Joa, Valencia bringt leider auch nichts. Obwohl er eigentlich ordentliche Werte hat. Aber er bringt halt echt nichts. Na gut, okay. Sein Schuss ist jetzt nicht der Hammer. Aber er ist halt ein 83er Overall im Prinzip. Aber er bringt halt nichts. Aber zweimal Hawk. Das ist nicht schlecht. Der Chemistry Style. Fitness, Hawk, Hawk. Palermo Wappen. Newcastle Trikot. Und dann noch Feyenoord Rotterdam Trikot. Dann nehmen wir das noch mit. Palermo Wappen interessiert jetzt nicht so. Und die sehen beide auch nicht so pralle aus. Newcastle können wir nochmal mitnehmen. Das geht aber. Feyenoord, das sieht ja richtig billig aus. Sorry, aber muss ich mal so sagen. Mit dem Opel Logo. So, und dann gehen wir jetzt mal hier raus und gucken einfach mal, was Ibra so kostet. Wie gesagt, vorhin hatte ich geguckt. Da war halt so bei 1,2. Man muss bei Ibra auch übel aufpassen auf diese Bitbumper. Wir können das jetzt wahrscheinlich gleich mal wunderbar beobachten, wenn jetzt gerade mal einer ausläuft. Da müsst ihr dringend drauf aufpassen, wenn ihr teurere Spieler kauft. Zum Beispiel bei Ibrahimović. Ich hatte vorhin fünf Stück auf der Beobachtungsliste und drei davon wurden gebitbumped. Was das ist, zeige ich euch halt gleich. So, der läuft. Hier könnte es passieren. Das können wir uns gleich mal angucken. Hier könnte es passieren. Bitbump ist halt. Jetzt zum Beispiel, der stellt den rein für... Na gut, okay, da passiert es glaube ich nicht, weil meistens stellen die Leute den dann für... Hier, 150 Start rein. Hier passiert bestimmt ziemlich sicher ein Bitbump. Das heißt, ihr seid jetzt zum Beispiel auf Ibrahimović drauf. So, ab 30 Sekunden fängt irgendwer an, das mitzubieten. Ihr bietet immer ein Tausender mehr, weil jetzt zum Beispiel bei dem ist ja billig. Und dann achtet ihr aber nicht drauf und auf einmal bietet der andere direkt 2 Millionen drauf. Und ihr achtet zum Beispiel halt nicht drauf und bietet dann 2 Millionen 1. Ja, wenn ihr so viel auf dem Account habt. Das ist halt ein Bitbump und das passiert zum Beispiel bei Ibrahimović sehr, sehr oft. Und deswegen sollte man da sich schleunigst zurückhalten und nicht irgendwie blind drauf losbieten, sondern wirklich gucken und dann erst drauf bieten. Dann sollte das auch nicht in die Hose gehen. Aber hier, wie gesagt, es ist 100 pro wieder so ein Bitbump. Wo ist noch einer? Ich denke mal... So, aber hier seht ihr... Okay, hier ist einer für 1.195.000. 1.175.000 Bieten. 1.165.000 Bieten. Ach, der läuft ja jetzt aus. Das war doch der in drei Minuten, oder? 1.175.000. Ja, okay, Problem. Ja, schön für dich. Achso, steht schon drin. Gut, können wir wieder reingehen. Das ist irgendwie... Bei mir bricht er manchmal ab, wenn irgendwer gerade ausläuft. So, da ist der für 170.000. Eine Minute, 23.000. 1.180.000. Nicht interessant. Wahrscheinlich Bitbump. 175.000 geht natürlich im Prinzip auch. Ich gucke mal, was es hier noch so gibt. 194.000. Oh, sind ganz wenige gerade drauf. Vorhin waren es viel mehr. Der wurde hier direkt gekauft für 1.190.000.000. Ibra Inform. Ich glaube, ich kaufe ihn jetzt nicht, weil, ja, wie gesagt, es sind nur anderthalb Seiten drauf. Vorhin waren es drei Seiten. Und, ja, wenn mehrere Seiten drauf sind, dann wird es ein bisschen günstiger. 1.195.000 geht im Prinzip. So, jetzt gucken wir aber nochmal da vorne bei dem vorbei, ob das hier ein Bitbump ist oder ob es ein ganz legitimer ist. Das kann hier auch ein legitimer sein, weil da ist der Startpreis relativ hoch bei 1.165.000.000. Diese Bitbump wollen halt, dass möglichst viele darauf aufmerksam werden. Zum Beispiel, wenn der Startpreis bei 500.000.000 liegt oder sogar bei 150.000.000, dann haben den halt einige auf ihrer Beobachtungsliste. Sie gucken dann immer schön, die gucken dann immer schön vorbei bei der Auktion. Und wenn es dann irgendwie am Ende nur bei 1.000.000.000 und irgendwas ist, wie zum Beispiel hier, dann sind dann natürlich viele dran, weil sie denken, oh, ja, den kriege ich bestimmt für so und so viel. Und dann mache ich wahrscheinlich auch noch Gewinn, etc. Und dann bumpt er das Ding halt auf 2.000.000.000 hoch und dann ist die Sache erledigt. Wir können ihn ja mal zu einem Transfer-Targets machen und dann gucken wir nachher mal vorbei. Hier können wir jetzt nochmal kurz gucken, wie der ausläuft. Sieht nicht nach Bitbump aus bisher. Der hier auch nicht, weil der ist auch so hoch gestartet. Der ist auch dann für 1.180.000.000 weggegangen. Was haben wir hier noch? Ja, die anderen waren teuer, genau. So, komm, push dich. Ja, läuft eventuell so aus jetzt. Ja, das ist aber auf jeden Fall hier kein Bumper, glaube ich. Weil sonst hätte er halt schon längst gebumpt. Ja, der läuft so aus, alles klar. Gut, können wir rausgehen, ziehen wir noch ein paar Päcks. Muss auch mal sein, ne? So, mal gucken. Ja, Ibra ziehen, das wäre natürlich noch um einiges nicer. Da müssen wir ihn nicht kaufen. Und dann ziehen wir jetzt nochmal so ein paar Päckchen und dann gucken wir uns nochmal kurz die Teams an. Eventuelle Verbesserungen und dann vielleicht nochmal so ein bisschen vorausschauend, was denn jetzt kommen könnte. Jetzt haben wir ja auch noch ein Team mit Falcao, Wiedic, Rooney, Rodriguez, Inform, etc. pp. Das heißt, langsam spielen wir wirklich alle Spieler. Jetzt in meinem Kopf ist noch, was wir noch nicht so gespielt haben, was etwas teurer ist, ist vielleicht noch Hazard, Ribéry. Und dann kommt eigentlich nur noch Ronaldo. Ich weiß nicht, ihr könnt mich natürlich verbessern, aber mir fällt da gerade nichts anderes ein, außer die beiden. Boah, Gott sei Dank. Ich dachte schon, es hängt wieder. Das wäre schon mal wieder richtig scheiße gewesen. Ja, wollen wir mal so ein großes kaufen hier. Komm. Komm, wir mal so ein großes. Warum nicht? Mal gucken, was es da drinne gibt. Es sind ja, glaube ich, sieben selten, ne? Bin mir nicht sicher, aber ich glaube schon. Ja, meistens kriegst du dann irgendwie sechs Goldverträge glänzend. Ja, Pablo Hernandez. Super. Was haben wir denn hier? Barton, Montillo, Ruben, Pablo Hernandez, Rodrell, Scholle, Martin, Rupp. Ja, wenigstens Verträge und Fitness ist ja wenigstens etwas, aber das ist natürlich relativ mager hier. Heilungskarte noch dazu, Fitnesskarte dazu. Anker sehe ich. Oder ne, Architekt ist das, glaube ich. Scheiße, stimmt. Architekt. Anker wäre gut gewesen. Architekt, naja. Nehmen wir trotzdem mit. Genau wie die Fitnesskarten, die Heilungskarte, englische Vierte Liga. Das ist, glaube ich, auch nicht so interessant, dass wir die mitnehmen müssen. Und Aston Villa, Home-Trikot. So, jetzt komm, push dich mal. So, das ist uninteressant. Ja, das finde ich jetzt auch nicht so pralle. Das nehmen wir mal mit. Und von Donetsk nehmen wir es auch mit. Und den Rest schmeißen wir weg. Ja, ich will die ganzen Non-Rare-Spiele und sowas nicht haben. Das kann weggehen. Und dann ziehen wir noch so eins. Denke ich mal. Ja, im Prinzip können wir auch eigentlich die ziehen. Ist ja eigentlich Latte. Welche wir hier ziehen. Wenn der Store sich mal updatet, wäre mal ganz hübsch. Achso, Teambewertung. Ich weiß immer noch nicht, es kam noch nicht raus, die Episode, die ihr da bewerten solltet. Also, beziehungsweise, wo ihr mir sagen solltet, ob ich da irgendwas ändern kann, dass ich doch noch die anderen sehe. Ich denke mal, ich muss es dann halt leider Gottes übers Forum machen, wie ich es gesagt hatte. Oder halt über diesen neuen Account. Aber das Problem ist nur, wenn mich da dann irgendwie alle adden und ich da auch wieder nur 20 sehe, ist ja auch ein bisschen kacke. Da muss ich irgendwie alle 20 Bewertungen, muss ich da einen neuen Account machen. Um dann wieder die nächsten 20 zu sehen. So, was ist jetzt schon wieder los? Ey, boah, dieser Store, der hängt bei mir übel. Ich schätze jetzt einfach... Oh, ich muss mal ganz kurz gucken. Wir haben 15 Uhr. Ich muss mal das eine Video releasen. Weil ich habe vergessen, das auf geplant zu stellen. Und wenn es eine Stunde vorher schon ist, dann kann ich nicht mehr auf geplant stellen. Sondern muss das per Hand machen. Aber er speichert jetzt und sagt, es ist gespeichert. Das ist das Teambuilding, was ich jetzt gerade freigegeben habe. Jetzt komme ich dann doch nochmal hier rein. Und dann gucken wir mal jetzt hier. Nehmen wir nochmal hier einen Falcao mit. So, okay, das Video wird hochgeladen. Fünf Stunden. Ja, passt. So, Falcao, was bringt er? Komm mal, was richtig ordentlich ist. So was, was vielleicht 50.000 bringt oder so. Dass wir auf Plus, Minus, Null sind. Wäre nicht schlecht. Ja, 60.000. Ja, oder auch einfach nur Gomez. Nur Vesky, ja, interessiert uns nicht. Gomez, ja, bringt jetzt nichts. Leider Gottes. Mollo, richtig geiler Spieler übrigens. Der ging ziemlich ab. Und dann noch massig Verträge. Fitness, Heilungskarte, französische Erste Liga. Ein seltsames Wappen und ein Köln-Trikot. Ja, wie gesagt, wieder Verträge mit. Verträge, Verträge. Und jetzt muss ich mal überlegen, ziehen wir jetzt nochmal so normale Packs? Irgendwie, die sind ja hier Müll. Ja, ich weiß, normale Packs kannst du auch nichts von erwarten. Allerdings, ich weiß nicht, ich ziehe diese 15.000 eigentlich nie. Allgemein ziehe ich ja nicht so Packs. Also wenn schon, ziehe ich mal welche mit Coins. Ich habe in FIFA 14 noch keinen Euro irgendwie in FIFA Points investiert. Und auch nicht in Coins übrigens. Joa, weiter geht es jetzt hier. Fitness, Fitness, Heilungskarte. Was gibt es denn da? Knie, glaube ich. So, alle Verletzungen. Plus vier Gladiator noch. Die erste Liga nehme ich mit. Also die französische erste Liga nehme ich mit. Die bringt ein wenig was, aber ich werde sie einfach behalten und gebe sie dann vielleicht um irgendeinem, wenn wir sie brauchen. Für Ibra oder so. So, Pacos Ferreira nehmen wir einfach mit. Und der Rest kommt weg. Ja, komm, Köln-Trikot nehmen wir auch noch mit. Silber glänzen, kann man immer mal gebrauchen. Aber der Rest kommt dann wirklich weg. Nur Scheiße. Ja, und jetzt kommen wir nochmal auf gut Glück. Nehmen wir noch ein 15k mit. Wieso auch nicht? Wenn wir jetzt erstmal hier wieder rauskommen. Das wäre ja mal ganz hübsch. Und ja, für das Ronaldo-Team, weil ich habe ja schon eben angedeutet, wie gesagt, wir haben bis auf Ribéry, Hazard, zähle ich gar nicht so richtig zu den Hochkarätern dazu. Ribéry, Hazard, Ronaldo haben wir jetzt im Prinzip wirklich alles gespielt. Dann fehlen jetzt höchstens noch die Informs, zum Beispiel Ibra-Inform. Ja, ich denke mal, für Ronaldo könnte ich mir gut ein Ronaldo-Ibra-Team vorstellen. Das könnte, glaube ich, ganz nice werden. Am geilsten wäre natürlich Ronaldo-Ibra-Robben. Aber das ist halt relativ unmöglich, das mit voller Chemie zu machen. Ich habe schon fast überlegt, es so zu machen, dass Ibra nur 8 Chemie bekommt. Ich weiß nicht. Das Problem wäre dann, wenn ich das zum Beispiel im 4-3-3 machen würde, dann würde Ibra vor einem Sturm stehen, Ronaldo links und dann müsste dahinter schon wieder Alonso stehen, was im ZDM, was mich schon ziemlich abfacken würde, weil ich Alonso scheiße fand. Dann auf der rechten Seite müsste Martinez oder Schweinsteiger sowas in die Richtung stehen, was jetzt auch nicht so Hammer wäre, weil Schweinsteiger fand ich nicht pralle und Martinez, da passen mir die Workrates nicht, er ist echt lahm und das kommt irgendwie alles zusammen. Also wirklich auch nicht so pralle. Und in der Mitte würde ich dann ins ZM eventuell Cavani stellen. Er kann ein bisschen nach hinten arbeiten, weil er halt High-High Workrates hat. Er ist schussstark und relativ schnell. Problem ist nur, der kann nicht passen. Und ich glaube, dann sollte ich lieber Robben in einem anderen Team nochmal einbauen und dann das Team wirklich nur um Ronaldo und Ibra bauen, weil dann kann man schon ein bisschen was Schöneres aufbauen. So, ja, der Store ist angeblich nicht verfügbar. Ähm, hm, was machen wir dann? Wir gehen mal ganz kurz auf die Squads drauf. So. Das ist ja das aktuelle Squad, was wir mal gebaut haben. Hier soll Ibra natürlich noch rein in dieses Squad. Bei dem Squad habe ich im Prinzip momentan noch kein Problem. Hat, spielen eigentlich alle ganz gut. Außer Gordado noch nicht so ganz. Aber ich habe ja noch nicht viele Spiele gemacht. Also kann ich dazu noch nichts sagen. Das werden wir dann sehen. Wir gucken jetzt mal ganz kurz, wie dieser Ibra ausgelaufen ist. Wenn der ausgelaufen ist. Weiß ich jetzt gerade nicht genau. Ich glaube, der könnte noch ein bisschen laufen. So, der ist für 179 raus, jo. Und der hier, jetzt ist es halt interessant. Wir können ja mal vorbeischauen. Ich denke mal, es ist ein Bitbumper. Wenn nicht, dann können wir natürlich mal mitbieten. Pass auf, jetzt werde ich hier in der Episode, wo ich es noch erklärt habe, gebitbumped. Ich mache mal hier, ich gebe mal hier so, ah, ja, jetzt geht das schon wieder automatisch hoch. Das passiert mir nämlich auch manchmal. So, 128.000, 129.000, komm, wir machen auch mal mit. 1.040.000, ihr seht es, es war nicht zu viel. So, 1.040.000, bietet natürlich jetzt eh noch wer drüber. Ja, so, jetzt gehe ich mal so auf 55.000, hingucken, passt. Können wir absenden, das Gebot. So, 1.055.000, ja, ich bin mal gespannt hier. 56.000, gehen wir mal auf 60.000, 1.060.000, passt. Ja, und da ist der Bitbump. Da habt ihr es gesehen, sehr schön, wie der andere hier auf 1.965.000 gebitbumped hat. Da müsst ihr halt richtig drauf aufpassen, wenn jetzt halt noch einer aus Versehen drüber bieten würde, würde er ihn halt komplett überteuert kaufen. Und das ist halt das Ding, immer schön aufpassen. Und das passiert halt wirklich so häufig. Also in FIFA 13 war schon, okay, ich komme echt nicht mehr ins Store. Schade, ich hätte jetzt gerne noch so ein großes Päck gezogen. Ah, vielleicht komme ich jetzt nochmal rein. Ja, anscheinend schon. Gut, können wir doch noch was ziehen. So, 15k, ziehen wir noch eins. Ein Promopäckchen. Drei Stück hätte ich noch, aber ich glaube, ich ziehe die nicht alle. Vielleicht ziehe ich vor dem nächsten Let's Play oder so noch eins. Oder noch zwei, wenn noch zwei Stück da sind. Können wir auch noch machen. So, kommt jetzt noch was ordentliches hier. Ja, Vertongen, nee, nicht so ganz. Kiel, Jagielka, Caballero, Christi, äh, was Christensen? Und Vertongen, ja, nee, ist Müll. Kiel bringt nix, Jagielka bringt nix. Caballero bringt nix. Der bringt nix. Ja, Jagielka, nee, der wird nix bringen. Aber Vertongen, der bringt nochmal ein bisschen was. Deswegen auf die Transferliste. Abra haben dazu noch die Verträge nehmen wir mit. Ja, komm, push dich. Ja, Verträge haben wir jetzt, glaube ich, erstmal wieder genug. Definitiv. Aber ich brauche ja auch viele Verträge, weil wir irgendwie tausend Teams bauen. In der Woche. Ja, komm, push dich mal. Fitnesskarten auch noch ein paar. Das passt auch immer. Wenn wir neue Spieler kaufen, wenn da gibt es immer mal ein paar, die keine Fitness haben. Da packe ich da mal so ein Kärtchen drauf. Und was haben wir da hinten für eine Positionsumstellung? Ja, die bringt auch nix. Die will ich gar nicht haben. Und dann haben wir noch Marksman. Die nehmen wir natürlich mit. Dann die polnische Liga. Nee. Die will ich auch nicht haben. Und was haben wir noch für eine Liga? Komm, nimm das mit hier. Schweizer. Okay. So, Heilungskarte noch. Komm, push dich. Chemistry-Style. Und dann war es das. Gremio. Wie sah das aus? Ja, komm, nehmen wir mit. Das geht noch vom Aussehen. Aber der Rest kommt weg. Gibt es nochmal 3000 Coins fürs Abstoßen. Und ja, komm. Dann ziehen wir jetzt noch ein 15k-Pack. Weil nach Abstoßen sind wir dann auf 1,9. Und das passt dann. Und jetzt haben wir einfach mal Glück. Und dann ist die Sache erledigt. Ich glaube ja noch nicht so ganz dran. So, mal schauen. Ja, es ist, ja, Coutinho, okay. Ich glaube, der bringt so 2500 oder so. Also schon wieder nur Müll. Was heißt schon wieder? Ja, ja, letztes Mal haben wir ein Pack gezogen. Und da war Rooney drin. Ja, stimmt schon. Aber es war jetzt, ja, ist jetzt auch nicht so der Hammerspieler. Ich meine, hätte ich da jetzt Ibra gezogen, dann müsste ich jetzt die nächsten 20 Pack Openings die Fresse halten. Aber so ist es ja nicht gewesen. Es war ja in Anführungszeichen nur Rooney. Deswegen bin ich da jetzt auch nicht so ausgerastet oder sonst was. Aber es war, glaube ich, unser höchst bewertester Spieler und auch teuerster Spieler, den wir bis jetzt gezogen haben. Allerdings haben wir ja noch nicht viel gezogen. Ich freue mich ja schon aufs Team of the Year Pack Opening. Das wird dann ziemlich übel. Ich glaube, da werden wir dann auch was Ordentliches ziehen. Bin ich mir sicher. Am besten gleich ein Team of the Year natürlich. So, aber wir haben noch Maestro, Engine und Backbone als Chemistry Styles. Ja, Chemistry Styles brauchen wir ja immer. Die packen wir nach den Teambuildings ja immer auf die Jungs drauf. So, Maestro noch. Ah, komm, push dich jetzt nochmal. SK Sturm Graz. Ja, nee. Ach so, genau. Und dann können wir eigentlich gleich nochmal zusammen ein Stadion kaufen. Äh, wie heißt das nochmal? Ich habe es schon wieder vergessen. Aber ich glaube, wenn ich suche, dann, wenn ich den Namen lese, dann weiß ich, welches es ist. Das hat nämlich der Totali schon mal zu mir gesagt beim Pro Club, dass ich das kaufen soll. Und, ja, in den Kommentaren wurde das nochmal bestätigt. Das ist dieses Stadion, was es auch schon in FIFA 13 gab. Wie heißt es denn? Saudi-Arabien, glaube ich, kommt es her. Wir gucken mal nach. Goldstadien gleich, wenn wir hier rauskommen. Ja, diesmal kommen wir sogar ein bisschen schneller raus hier aus dem Shit. Dann gucken wir jetzt mal nach. Was ist denn da noch auf der Beobachtung? Ach so. Da ist der Ibra noch drauf. Wir gucken nochmal ganz kurz Ibra. Aber, vielleicht ist ja ganz plötzlich jetzt einer für 1.150.000 und ich nehme halt einfach mal mit. Wenn nicht, für den Preis kriege ich ihn auf jeden Fall auch irgendwie erboten. Das sollte drin sein. Na komm, FIFA. So. Na komm, 1.175.000. Nö. 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 Au nicht. Au nicht. Ne, das passt mir alles nicht. Na komm, mach mal hinne hier. Ja, es sind echt wenig auf dem Markt. Deswegen ist jetzt auch nichts Interessantes irgendwie dabei. Ich muss erstmal warten. Jetzt haben wir momentan 15 Uhr. Ich denke mal, ab heute Abend wird es wieder ein bisschen rund gehen. Aber heute Abend bin ich nicht da. Sondern auf einer Halloween-Party. Wir haben ja nämlich jetzt heute Samstag bei mir. Das mache ich mal weg. Was wollte ich denn überhaupt machen? Ach so, Club-Items. Genau. Stadion. Äh, Stadia. Und dann Quality is Gold gewesen bei dem. Na, komm. Und das war... Welches war denn das? Gott ist ein... Nee, 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 nee. Ich glaube, das ist Non-Rare. Äh, das ist Olympico. Nö. King Fart. Genau, King Fart heißt das Ding. Äh, jetzt muss ich das nur mal finden. Weil King Fart da ist irgendwie nie Regen. Und das ist allgemein auch ganz nice. Keine Schatten und sowas. Deswegen wollen wir das mal nehmen. Auch wenn ich gar nicht mal so häufig zu Hause spiele. La Bombonera. Das haben wir auch mal gezogen. Emirates Stadium. Gott ist ein Park. Äh, 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 äh. Velodromo. Nee, Velodrom. Gerland. Gott ist ein Park. Alter. Das ist scheiße, dass man die Stadien nicht irgendwie einzeln suchen kann. Wenigstens irgendwie nach Liga oder sowas. Das wäre schon mal etwas. Aber so müssen wir jetzt hier durch alles durchgehen. Ich weiß jetzt leider auch nicht, was es kostet. Sonst würde ich hier mal irgendwie ein bisschen filtern mit dem Preis. Obwohl, das mache ich jetzt einfach mal. Ich mache jetzt einfach mal 300. Ich denke mal, dass es das für 300 auf jeden Fall geben sollte. Weil es halt non-rare ist. Da ist es gleich am Anfang ist es drin. King Fart Stadium. 200. Okay, das sieht mir aber da schon nach Schatten aus. Ich vertraue jetzt einfach mal und nehme das. Auf dem Bild sieht das schon nach Schatten aus. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das im Spiel dann auch so ist. Das wäre natürlich scheiße, wenn eine Hälfte komplett so mit Schatten voll ist. Ich aktiviere das jetzt einfach mal. So. Dann sollte es bei mir auf jeden Fall nicht mehr regnen. Sieht ja auch ganz hübsch aus, die Arena. Dann sind wir jetzt hier durch. Und ja, 25 Minuten schon wieder. Alter Vater. Hatte ich jetzt gar nicht so geplant. Ja, und morgen geht es dann weiter. Vielleicht schon wieder ein Teambuilding, Spiele, was weiß ich. Ihr werdet es ja sehen. Ist immer spontan. Und ja, das wäre es von mir gewesen. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, liked da lassen. Schreibt es in die Kommentare und kommt beim Forum vorbei. Link ist in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Massive. Ciao. Das war schnell. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Massive. Vielen Dank.